Ja, das wollte ich sagen. Ich entscheide, wann mir Ihre Röhren zum Halse raushängen und ich weiß auch schon wann. Jetzt! Ab morgen bin ich voll und ganz für meine Familie da. Was heißt denn das? Ich bin pensioniert. Dann hole ich mal den Nachtisch. Halt! Stellen Sie das wieder dahin! Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Haustür. Wie ist Ihr Name? Kleinert. Ich mache hier sauber. Mein Gott, was sind Männer unsensibel! Genügt es, wenn ich mich irgendwie auflöse? Trüb, Tauberhain, Amusenginst. Kravil, Kravil. Was ist los? Ich habe das letzte nicht verstanden. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ich habe ja Zeit. Ich habe das Recht. Vielen Dank.